einen wunderschönen guten hallo meine lieben freunde auf youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren folge cat making beziehungsweise lang mal wieder zurück zusammen mit der jodie dem early boy dem firetaylor und die zeit kommen und wir stehen heute unsere clock fate an diese halte ich schon auf diese cs go pros die alle global sind und totale ahnung von allem und jedem und vom tuten und blasen haben die spiele aus spaß gab es seit ewigkeiten die gegner ist nicht wirklich ist mir doch egal so der troll ja wir machen ja ist ja egal solange wir den ventrush machen 2 einer steht auf diesem ding da drauf wo einer von uns ist ja ich bin tot die regel mal 221 ja klar er hat wahrscheinlich sogar ein kit weil ein krasser ficker ist ja okay dann hat er kein geht aber schafft er laut so locker bin ich zwar ein bisschen schade dass das schafft aber hey wenn die sommer ihr teammate da rausschmeißen welchen team der drückt oder was nee wir wollen haben gerade abgestimmt jetzt nicht mal die erste runde vorbei direkt erstmal wahrscheinlich klatscher kick ja irgendwie sowas wie den klatscher kick jetzt haben wir noch drei drei leute gelebt ja deswegen kann er trotzdem aus spaß koin klatscher kick kann er jetzt auch sagen early kommt machen es sonst kick oder warte mal ich muss mal eben aus dem klo das ist eine ziemliches brett was er mir gibt aber verständlich irgendwo dann haben wir dahin gelegt naja damit ihr die besser findet super gemacht einer in main garage ist der pass ich glaube noch einer in main oh der aim punch des todes einer in vent ok ein teammate unter dir einer in vent sagst du ja einer in vent da liegt noch eine nade jetzt nicht mehr oh das ist on bei denen da war einfach ein alfkler wo sind die ssg skills early kommen pack sie aus ich war drauf jetzt was du drauf heute hinter dir ist nicht einverstanden unter dir ich plante hinter sie doch maximal 30 nein was war das denn geht vermutlich wend runter ja denke ich auch ganz unauffällig ich dachte so hey der kommt gar nicht cool noch mal die füllen gebringt ende kommt mir wenn er abt das ist der volle sarkasmus die hat wieder den durchblick des todes er kommt mit der sie mit sarkastisch zweite runde doch bitte dankeschön ja hallo ich kann es mir leisten da war gerade einer helft so wie war das noch mal ich bin scheiße ja bist du ziemlich ja hell ist noch einer nicht mehr ich brauche hilfe auf b jetzt er zu mir geht auf b er kommt werden runter jetzt auch in den drei jahre ausgehoben wie gesteckt auch mal noch ich war ganz schön ich hätte ich hätte wahrscheinlich nicht getroffen das ist wie jetzt getötet weißt du wasser du darfst nur nicht nur skoven mit Aber das ist das einzige was ich gelernt habe. Katze du vergisst es ist meine Awe. Ja die bringt Glück. Meine Awe schießt immer an mir dran vorbei. Stimmt, gib mir mal die Awe. Ja wahrscheinlich bin die Lader runtergefallen. Geballte Kompetenz am Leiterlaufen ey. Einer vor Wend. Wend offen. Ich kenne nur ne Diegel. Wo? Down, 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 down. Wo auch immer das ein Headshot war, aber gut. Totes Tod, wa? Ich bin down unten, bombe down, ford silo. Einer nur noch unten, der ist unten am scampen mit einer OMP, könnte auf AK wechseln, ist aber in Reichweite von dir early. Wo ist denn der Katze? Ja unten auf dem Geländer war er gerade eben noch. Ich glaube er ist gerade im Band. Nee mate. Naja das ist, das ist nicht er. Der stand halt immer noch da oben. Ich hatte Angst, meine Awe zu verlieren. Ja das ist, ich hatte Angst, dass der Gegner mich umbringt und deswegen habe ich alle anderen sterben lassen. Ja. Was ist so schön die Aussage dahinter. So. Kringst du nicht. Ey wenn das rauskommt, könnte es sogar noch sein, dass das Gewinnspiel für diese AWP noch läuft Leute. Denk dran. Mit Messer ist mal genauso schnell wie mit Granaten ne? Nein. 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 Granaten lächeln langsamer. Ja. Granaten ist irgendwie 45, Messer ist 50 dann so auf ner Skala. Ja. Einer im. Einer im Hell oder Heaven. Ich hoffe doch schwer Hell, Alter. Dann habe ich jetzt nen Kill. Einer im Hell. Einer im Hell. Ja. Ja genau. So sieht es aus. Katze hinter uns. Einer ist Ramp hochgepusht. Unhöflicher junge Mensch. Richtig unhöflicher. Hat er dich auch unlooptiert? Ja ja. Aber ich habe halt mit der Tech drauf gerannt anstatt ne AWP zu werfen. Äpp. Ja. Ja. Oh Hilfe auf Silo. Werf auch immer mit ARME. Ist made. Und wo wirst du denn beschossen? Ja jetzt gar nicht mehr. Wir waren eben noch Menschen. Ich habe Angst. Ja von wo? Ja von T-Spawn aus wahrscheinlich. Menschen sind doch böse. Menschen haben da auf Vader getötet. Spawn. Einer T-Spawn. Äh C-T-Spawn. Hä? Ich habe genau auf seinen Kopf gezielt. Ich habe genau auf seinen Kopf gezielt. Äh Early. Ich bin mir nicht ganz sicher ob wir in der selben Dimension leben. Aber das war nicht sein Kopf. Nein. In dem Moment wo ich gerade drücken wollte und er mich gekillt hat. Da warst du trotzdem allerhöchstens. Da warst du allerhöchstens vielleicht an der Aura der linken Schulterscheibe. Das war schon ein bisschen krass muss ich sagen. Ja vor allem weil er im Zoom drin war. Weil du hast noch gehört wie er gezoomt hat. Und im Zoom drin so über ist den Flick hingelegt. Was? Wir machen einen ventrush. Ja. Die nicht mitmacht bei so einem Scheiß. Ähm. Geh weg. Hi. Da hinter der Silo. Jo. 12 habe ich ihm gegeben. Zwei Leute Ramp. Oh Jody den ignorierst du den da oben nimmst oder? Oh zwei Leute sind auf Ramp. Einer oben. Einer unten. Van kommt dann noch runter. Einer defused. Oh die Tür wieder zu. Auf Van war einer. Der zieht durch. Nein. Ich glaube das schafft er jetzt nicht mehr. Auf. Jetzt kannst du die Awe holen. Ja. Und die Awe. Das ist nicht passiert. Alter. 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 Oli. Na viel lock. Nein mach ich gar nicht. Wenn wir ein Tutorial zu seinem Hack sehen wollt. Der Kanal ist unten verlinkt. Abonniert meinen Kanal. Ich wollte gerade eine Eko machen. Was ist los mit mir? Ich weiß es nicht. Mach3l. Au. Aua. Au. So man Mag3l, rechte Seite ist down. Jetzt kommt noch der da, den muss ich kurz werfen. Einer hinter uns, hinter uns, hinter uns. Okay, hinter uns tot. Meinst du hinter uns nicht mehr so lebendig? Main war hier unten die Garage, oder? Nee, das ist nicht die Garage, das ist Hangar. Wollen wir eigentlich mal auf A gehen? Nein, ich meine dieses kleine Ding, wo du auf A gehen kannst. Ja, das ist Heaven. Nee, Heaven ist hier oben. Mein das Ding da unten. Was für ein Ding da unten? Der Eingang ist Main. Der Eingang ist Main. Ja, wo Katze gerade drin steht, ist Pommes. Das hier ist Pommes, wo Katze jetzt ist. Hallo, ich bin Katze. Ich meine das da, wo das Garage ist. Oh, der letzte kommt von hier. Das ist Main. Ja, also doch, wenn er dich auch reicht. Nein, nein, das ist Pommes. Hast du halt auch. Oh, ich habe gerade noch Early geneifed. Nein, Early hat jemand anderen geneifed. Wen hast du geneifed, Early? Gib's zu. Echt? Einmal darfst du es da. Ja, habe ich. Tja, da hast du wohl ein kleines Knife, das spürt man nämlich gar nicht. Ach, passiert, was? Ich bin da dran, dass er mich geneifed. Weißt du, was du spürst, Katze? Was denn? Das. Oh, so nicht. Dir ist bewusst, wenn du uns fünf Leuten gleichzeitig mit der Nate Schaden gemacht hättest, hättest so ein Bann gehabt? Nein. Doch. Nein, jetzt gib mir recht, Katze, hier, dafür kriegst du das Flash. Dankeschön. Dafür darfst du den Typen jetzt am Hausmeister töten. Hi. Hi, ich bin gerade gegen gepusht hier. Das ist ja interessant. War eigentlich gut, oder? Also ich bin auf B und N und hätte fast... Siti, Siti, Siti! Du erschossen. Jody, blendest du auf Siti unten, oder? Was? Wo kommt der denn her? Siti, Siti, zwei Leute. Ja. Ich spiel gerade viel zu panisch. Liegt jetzt eigentlich oben, oder unten? Boing, boing, boing. Da, wo Katze. Bin eine Hoppelkatze. Boing, 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 boing. Flo, hast du eine Ape? Nee, nicht so. Dann zoomt irgendwas auf der Seite. Ich hab eine. Achso, ich bin im Heavenslieb. Ich bin nicht im Heaven. Ich bin Office. Bin ein bisschen im Office, okay. Da war eine Tür. Und eine Foto. Ihr solltet laufen. Achso, ja. Oh, wir müssen laufen. Oh, ich sterbe hier in der Ecke. Ich sterbe. Ich bin mit Absicht gestorben. War nicht, weil ich inkompetent bin, sondern weil ich Katze bin. Hi. Oh, Ben, musst du die denn alle noch umbringen, ey? Das ist doch... Das ist viel zu obvious. Das war ganz schön knapp. Der hätte mich fast gegeben. Toll unhöflich, ey. Der wollte ja nie was tun, bis auf einmal. Doch, der hat auf mich geschossen. Ja, ja. Behaupten sie alle. Und am Ende sind sie Joghurtbecher schlagen. Joghurtbecher schlagen. Die Bombe, die ganze Zeit wie eine Prostitute rumgereicht wird. Nee, der Unterschied ist, dass er bei Ben weitergereicht wird. Ja, 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 ja. Da krieg ich Ärger für. Da krieg ich Ärger für, aber richtig. Ja, wir spielen jetzt nur noch gegen vier. Du kannst es mir nicht abziehen! Oh, ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Habe ich ziemlich aufs Maul gekriegt gerade. Oh, der will spielen. Da steht er um die Ecke, Jodie. Weiß, deswegen bin ich ja da nicht hingegangen. Kommt dich zu Hornen. Da steht er noch rein. Rechts. Links. Unten. Geradeaus. Mitte. Lol. Der war Midlane. 69. Ist ja froh, dass der Jungler nicht gekommen ist. Ja, der Jungler hat mich jetzt voll getötet. Ja, voll. Ja. Da wärst du nicht gestorben, da wärst du richtig hart gestorben. Oh, Katze kann sich nichts leisten. Nice. Arme Katze. Oh, dankeschön. Hab Fischis für dich. Oh, dankeschön. Ja, Aquaram. Oh, da ist wirklich ne Fischi drauf. Ich mag das. Ja, da ist drei Fischis drauf. Katze mag das. Alter, ist hinter der Garage. Echt? Es sind sogar sechs Fischis. Weißt du gar nicht. Doch, safe. Fuck you! Warum gibst du einen Call und hältst dich selber nicht dran? Alter, wie oft will ich denn noch auf den Kopf drauf schießen eigentlich? Alter, 88 in vier. AfD confirmed. Alter, Schwede, ey. Unten, 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 wo sie... Wo? Oder hinter der Garage. Garage. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Der Bart ist aber wieder da. Nein, der läuft einfach mit Spray um die Ecke. So, Ben, du kennst die Prozedur. Aber jetzt, Hauptsache du verkackst jetzt, okay? Okay. Die sind alle draus. Let's go! Zitat Katze spielen niemals losgott mit der Arbe. Wann? Von hinten. Tief von, tief von, tief von. Dieses Zitat stammt von einer anderen Quelle. Ben. Dachte er, das ist auf Main. Nein, direkt vor dir. Über dir. Einer war Silo, einer Main, einer ist Red Container. Und einer in Dubai im Hotel. Hat Urlaub. Kannst doch keinem erzählen, wie er den Trump anfängt. Ey, ähm. Äh, Tim. Damit war gemeint, dass immer wenn ich No-Scope schreie und mit einer AWP No-Scope schieße, Jodie stirbt. Ja. Deswegen hab ich gesagt, du sollst nicht No-Scope. Aber ich war zum Zeitpunkt schon tot, glaube ich. Ist egal. Mein Schuss prallt fünfmal ab und trifft dich in der nächsten Runde. Wow. Ich will nicht sterben. Yay! Ich hab, ich brauch jetzt noch ganz schnell sechs Assists. Flo legt los. Das ist der Bot. Hab den Bot. Damit jetzt auch ne Waffe. Kein Lust mehr. Nice. Der Bot hatte Jodie's Aave. AK. Aaveka. Keiner, Ramp. Rorschau ist wieder genau drauf gewesen und treffen mich. Versteh ich's nicht. Bei mir gehen keine Tabs mehr rein. Einer ist auf Pommes. Doch, nicht so sehr auf Pommes. Voll daneben geschossen. Ich will nicht sterben. Dann tötet er alle. Aber das geht nicht. Die haben Aave. Und ich hab nur 30 Sekunden. Ja und. Und das ist viel zu viel Stress. Ja und. Ich werde jetzt die Bomben auch abblenden können. Die sind nämlich, glaube ich, okay. Bin ich draußen. Hinter dir war ein Gegner, Jodie. Ich war in der Spie. Jodie, hinter dir war ein Gegner. Nein. Jodie, hinter dir war ein Gegner. Nein, nein. Doch, doch. Der war hinter dir. Wenn ich den nicht seh, sieht er mich auch nicht. Deswegen sind die Blinden immer so peaceful. Ja. Ja. Dafür krieg ich Ärger. Ich krieg's doch eh Ärger. Ja. Ben hat's nicht vergessen. Er wartet, bis die Kamera aus ist. Und dann werde ich wieder ausgepeitscht. Jei. Ja. Steht da im Übrigen immer noch in Main. Ja, aber der hat halt auch SWR. Krieg auf B. B liegt. Ich glaube, du hast gerade einer vor mir fallen geschenkt. Ja. Es ist einer im Vend, minus 60. Mit LMG. Nee, hat glaube ich gewechselt. Oh lol, ich dachte, der defused schon, Alter. Warum defused der denn nicht? Hat doch den Spot frei gemacht. Early unten ist geplantet. Der kann defusen hinter dem Silo. Ja, der defusen. Ja, der defusen. Einer im Vend, einer hinter der Silo. Oh, der im Vend hat sogar minus 90. Oh, die Ecke. Ja, B.P. hat gerade mal kurz zwei Leute weggepratzt. Da, hätte ich mal meine Waffe gesaved. Dann hätte ich jetzt nur eine. Äh. Warte, warte ganz kurz. Es war eine Situation, wo du einen Bombendiffuser hättest auf Zeitbasis töten können und die Runde holen können. Du willst aber lieber die Waffe safen, anstatt die Runde zu holen, indem du Skill zeigst. Okay, Early. Ja, ich zieh. Oh, mein Leid, mein Wurfarm ist heute wieder scheiße. Okay. Du sollst die Kugeln auch nicht werfen. Achtung, Foto. Hinter dir, Schatzi. Es sind zwei Leute vor mir. Warum ich? Hell, 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 hell. Ja. Ach, erzähl mir doch nichts. Alter, 87 in 4. Ich krieg den Eintöp nicht an. Du musst nur noch anfurzen, Jodie. Anfurzen? Ich bin aber anfurzen, ist gut. Dann schieß. Dann, wenn du drauf. Gut gemacht. Oh, unter mir. Ja, den hast du nicht gehört. Ich dachte beim Deckdrücken. Was? Wie? Der Kraut nur Rücken. Ich hab gesagt, ich geh Bombe holen, brauch Hilfe. Hab ich nicht gehört, ich war wahr. War ich hinter mir vorhin. Ja, vorhin. Fen ist ein Noob. Was gehört? 68 in 3. Bata, Bata, Wada, 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 Wada. Ich habe... Spielen übrigens grade mit einem Bot auf CT-Basis und rasieren uns trotzdem noch, obwohl das unsere Mainups. Also. ja weil sonst überall wegschregen egal wo wir hingehen und was wir machen war mein venti? let's do a venti ja selbst wenn einer wird schon durchkommen also ich hab ne glock fade und ihr so oh er ist jetzt stehen geblieben hat meine glock eingesammelt props hierfür dann ich hab mir grad die pfoten gebrochen beim runterfallen so die wissen jetzt dass wir hier sind und die wissen auch wo ich bin so einer ist noch auf ramp zwei beide sind oben auf ramp beide mit ave total ramp wir sind ramp unten hä? alter dieser tipp ist doch nicht legit hat das tipp jetzt tschüss ich stehe hier auf dem bombenplatz und hab das überlebt was? dieser pannpacker pann hast du das überlebt? ich hab keine ahnung ich hab noch 55 hp gehabt ich stand direkt an der extrudierenden bombe und hab das überlebt du standst wahrscheinlich so auf der bombe drauf das silo hat nicht das silo hat nicht aber ich kenn die maps in der halbe ewigkeit ohne scheiße ich hätt das nicht überleben dürfen die haben doch auf b den sprengradius verringert ja aber trotz alledem eben das ganze mit drei sich haben die die war da weg und bern gestorben der stand doch hinter silo oder nicht hc da kommt einer wo? bei dir ich sehe kein ramp einer doch der steppt da vorne rum hast du ihn gerade gesehen sogar auf radar hab ich ihn nicht gesehen was? hab ihn nicht gesehen jetzt will mich auch noch der bot schauen oder was? die ist clear what the fuck über mir steps direkt über mir na was? wo? einer ist heaven und einer ist auf a spot irgendwo irgendwo im rennen war in unterwegs in richtung main katze wo bist du gerade? äh antitoxic ist einer verdammt ich dachte b wäre clear fuck you ich hasse diesen typen antitoxic war das einer ist da auch drinnen muhr neins wie du ihm halt geantwortet hast er hat vier schütze gemacht und du im gleichen musste wie er vier schütze zurück und ihn da haben her getötet das war schön Aber er hat auch keine Fischisse. Er hat du-du-du gemacht. Du-du-du. Es sind drei bei mir. Heaven. Ich bin Ramp. Ich bin ne Ramp-Katze. Ich bin ne Ramp-Katze. Jody? Jody! Ich bin ne Ramp-Katze. Ich glaube, Heaven ist schon gecalled. Ich geh Heaven. Okay. I don't fucking care. Bruder, Ben. Ein am Ben durch. Ben macht das. Die Bombe auf B oder? Auf A, oder? Ja. Ist das auf A oder auf B jetzt? Ich hab die Bombe gerade auf A gesehen, so wie ich das gesehen hab. Ja, sind auf A. Ja, ist doch nicht wahr, Alter. Einmal steht er da und drückt Ben nicht weg. Da hat noch keiner geplantet. Weiß und outside. Eine outside. Eine outside down. Eine main. Ich hab noch vier AP. Pommes. Was? In Pommes? Einer steht red container. Immer noch in Pommes? Ich hab keinen in Pommes, aber es kann sein, dass ich eigentlich... Red container hat minus 34, geht in Richtung main. Da kommt doch gleich einer von hinten bei mir. Hier unten. Ach, der ist auf B gewesen. Fuck, Alter. Was machen die denn, Alter? Wie die Bienen. Aber nicht die coolen Bienen. Eher so die Leute von Bibi. Hi, Jody. Hi. Ich hab ihm nichts gegeben. Noch einer rechts in den Bahn. Einer ist noch in Toxic auch noch. Oh, fuck. Wie viel hab ich dem Typen gegeben? Das interessiert mich jetzt. Damage taken from, damage taken from. Okay, damage given to. Ich hab ihm 36 in 2 gegeben. Wie hab ich ihn überhaupt einmal gehittet mit diesem männlichen RAAA-Sprung? Ich hab ihm 15 in 1 gegeben. Wow. 15 in 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pusch, pusch, pusch. Pup. 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 Schluck auf, Katja. Oh, Outz-Scout. Ich bin fast schon. Zwei Leute, die uns über Radio besuchen wollen. Outz-Hilfe brauchen. Die X-Cloud ist outside down. Ey, wie der nicht umkippt. 89 in 4 mit einem Headshot von der Welt. Oh, der Ramp ist durch. So lächer dich was, die spielen, Mann. Da ist noch einer im Wind. Bist du dir sicher, dass das besser macht? Du stirbst in 3, 2, 1. Weißt du, wo ist deine Waffe hin? Das ist early gewesen, nicht ich. Wo ist deine Waffe hin? Bombe has been planted. Auf A, oder F? Weiß ich nicht. Ah. Irgendwo piept es. Ah. Bip, 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 bip. Oh, mein Auge juckt. Musst du es rausnehmen und essen? Dort noch mal nicht gecheckt, wo die Bombe liegt. Ja, schon. Aber ich war verwirrt. Los, Flo. Echte Seite. Tod. Drei, zwei, eins. Hautzeit, war noch einer. Ja, der knifte ich. Main, main, main. Oh lol, der flämt jetzt. Ich wollte den knifen. Weiß nicht, warum du kaufst. Er zieht sich meine Auffassungsgabe. Böser. Böser Fritteuser. Ben, was mach ich oben auf 16 Kills? Kipp mir auch nicht um. Einer vent runter. Form me down am vent. Einer ist noch current star. Auf A. Einer outside. Einer ist vent runter. Oh, Leute, sag doch, dass einer ein main verhängt. Der ist gerade erst durchgelaufen. In dem Moment. Einer ist outside hinter Red Container mit AK. Einer ist kept. Einer kommt oben, heppen. Kept. Was? Ich stehe mit P90 vor ihm und treffe ihn nicht schneller als er mich mit AK? Bitte was? Warum schaut Ben schon wieder seinen Schaddi ab? Warum nicht? Weil laut. Weil sehen auf Map und so. Das ist auch voll wichtig, wenn die ihn schon im Blick haben. Entschuldigung, ich wollte mich nicht einmischen. Oh, die knurrt mich an. So, die guckt mal, da sind zwei Einhörner. Pinguin. Äh, was? Haben Smiley first drüber gemacht. Wieso sag ich Pinguin, wenn da ein Einhorn ist? Pingu Einhorn. Oh Mann, ich mag nicht mehr outside gehen. Eine aber outside, minus 60. Ja, genau, Alter. Ich sehe ihn noch nicht mal. Rampe durch. Ich habe nicht einen Step gemacht. Glaubst du den schon die ganze Zeit nicht mehr. Aber die Awe läuft ja noch hinterher. Ne, das war ein Teammate. Thomas war eine Awe. Oh, die schwingt. Hurli braucht keine Gegner, dem reichen die Teammates. Ah, ich habe Gegner gefunden. Das geht mit Katze ab. Die haben ja Angst gemacht. Das macht es besser. Ja, so ist das geil. Das ist cool, ich das meine. Ihr braucht größere Augen. Oh, jetzt sieht er aus wie jemand mit einer schwarzen Seele. Ja, ha, ha. Nimm's. Nimm's. Ich schieße dir in den Mund. Was, hallo? Hallo, na? Hi. Mein Name ist Katze. Und das, was gerade eben da war, war Welcome to Jackass. Hat jemand eine 5-7 für mich? Ja. Wow. Dein 1-14. Lol, der, 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 der Einer hat einen Helm auf. Ich hab den, der Scheißsmall. Schon wieder einer hier. Halt's. Ich hab die 5-7 echt so gedroppt. Darf das wahr sein. Das war nicht mit Absicht. Ich bin outside gesmoked, ich bin outside gesmoked, ich bin outside gesmoked, ich geh mit auf A, weil ich outside smoked bin. Oh, ich sollte nachladen. Ah, 6 HP outside am Red Container. Nicht, 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 nicht! Oh, war das klappt, du. Hier unten kommt was, Thomas. Oder Silo, ich weiß es nicht. Yo, der Klick. Das sind zwei übrigens. Komm, wir reporten mal live in der Aufnahme den da. Ich mag den nicht mehr. Einer geht rum. Der spielt zu gut für den Skillbereich. Letzter Half-Life. Wo denn? Ahnung, Rampe runter? Da geht ein Ramp irgendwo. Danke. Hör, du spielst fürs Gegner-Team. Winning Team Joiner, Winning Team Joiner. Ich bin erschrocken. Ich war mir so sicher, dass ihr der Gegner ist. Ja, danke. Warum nimmst du eine fucking... Oh, hast du sie? Du hast sie. Ich dachte gerade schon, Alter. Er tauscht auch noch kurz die Waffe, ey. Dankeschön. Ich nehme doch lieber das mit, was ich spielen will. Ja, du savest immer das Teuerste, solange es keine Autotacker ist. Ja, was ist, wenn die keiner spielen will? Solange es keine Autotacker ist. Ne, Awe will immer irgendjemand spielen. Einer steht orange da. Die machen eine Echo. Einer ist outside. Einmal noch eine orange. Einer geht über Main eventuell. Oh, zwei, zwei, zwei. Der hat sich saniert! Oh nein, ich habe den nicht getroffen, Alter. Der hat von uns keiner mehr in Main? Ich habe den nicht getroffen, das darf nicht wahr sein. Aber ich bin da totgestorben. Wir sind gerade in der Echo wegen Rushen gestorben, lol. Ich werde auf einmal nämlich von City-Spawn ausgekillt und dachte mir so, hä? Ne, es liegt daran, dass unser Carry kaputt ist. Wir müssen den austauschen. Wir brauchen einen anderen Carry. Hat hier jemand die Rechnung noch? Ja. Hat hier jemand die Quittung noch? Nein. Bin ich auf. Okay. Geh nicht ins Licht. Oh, hat der gerade eben eine Negev ausgepackt? Ja, der hat mich gerade mit der Negev auch ein Dings drin geholt gehabt. Okay, oder nicht? Doch? Nein? Ein bisschen vielleicht. Ich bin noch zwei. Oh, lol. Ein Arschkeks. Vor allen Dingen ergibt es einen Teammate in Negev, um mich zu unterdrücken, um da mit der Pistole mich zu pushen. Aber was ist das für ein Tipp? Ach, Terminus ist Arschgeburt. Nein, aber ganz ehrlich, der spielen ein paar Leutchen besser, als er spielen sollten in dem Skill-Bereich. Kann ich aber mitleben. So wie der komische Pannpacker-Pann die ganze Zeit rumflickt. Ja, aber im Scope flickt er rum ohne Ende. Er hat mindestens mal einen Shortcut für eine 180-Grad-Wende. Oh, die Smoke war jetzt nicht so das wahre. Hauptsache ist einer. Einer. Einer was? Steht in der Lobby. Und schießt dem hinter dir jetzt gleich. Oh, mein, oh. Ja, einer Asperts. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ach komm schon, aus Luck jetzt hier rangucken. Warte mal, drei, zwei, eins. Ach komm, mich geht, tschüss. Bitter Wichser. Warum pushst du die denn? Ich will die nicht liebhaben. Ja, ist okay. Die Tür war offen. Nein, die Tür war nicht offen. Er konnte immer durchschießen, das meinte ich damit. Ja, ich weiß. Also dann habe ich die Tür nicht wieder zugemacht. Das ist auch so ein kleiner Fehler. Die Tür war zu, aber sie konnten immer noch durchschießen, weil die offen war. Wozu eine Tür, die man nicht zumachen kann. Geht nichts rein. Nein, heute nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Geben wir alle ins Gesicht. Peng, peng. Will jemand outside gehen? Ja, kann ich machen. Oh, Flo geht outside, nice. Wo warst du Flo? I'm in. Okay. Ich habe immer noch den Tick, dass ich die ganze Zeit auf dem Scoreboard bin, wenn ich keinen Gegner sehe. Catwalk um. Zu wenig, Freunde. Ich gehe outside. Vom Silo runter und geht jetzt Catwalk durch. Ich habe einen kaputt gemacht. Oh, Mann. War sehr produktiv. Einer Red Container. Ja, komm, die pushen gleichzeitig zwei Seiten jedes Mal. Was soll das? What's up? Catwalk. Bist zu dick, Ben. Jetzt muss ich abnehmen. Er hat dich gehört. Letzter war Catwalk gewesen. Bist zu Pommes stehen. Fuck, Pommes, was? Ganz schön weiter weg. Äh, Ben. Was? Das war nicht nett. Warum nicht? Du hast den Menschen in den Kopf geschießt. Ja. Das war nicht nett. Doch. Es war notwendig, aber es war nicht der Superheld, den wir verdienten. Das war eine Liebeskugel. Warum schießt du ab an ihre Liebeskugeln? Was soll das? Ja. Damit die Liebe finden. Please adopt Lukas. Please adopt Lukas. Schaut doch an Lukas an der Stelle. Schreibt halt, please adopt Lukas. Liebeskugeln bestehen aus 99,9 Prozent aus Zucker. Die sind lecker. Ach so. Okay. Ja, wie bitte was? Ja, das hat der vorhin bei mir auch schon gemacht. Liebeskugeln, der hat auch ein anderes verstanden. Steht vermutlich auf dem Silo. Nicht nur du. Ja, clever, schäblich! Pommes. Oh, der Typ da oben wird mich bestimmt stören. Ich glaube, in Heaven ist einer. ja auch immer dahinter ist endlich mann wegen die gestorben du arschkeks habe ich gern so machen drin ich habe den schon seit der verfolgt er musste mit dem live sterben das war wichtig für mich der hat mir 98 schaden gegeben du hast mal überleben können keine zwei weniger die will ich aber nie haben die markt nicht mehr als zeit fresse kriegen die markt er hätte ich habe es nicht ganz verstanden so kommt das hat er jetzt gehört der schießt direkt ich sterbe ich sterbe aber wenn ich wenn ich es ist gut dass das freut mich da steht ein teammate bewundert sich dass du wenig muni hat hört auch auf team jetzt zu schießen aufs nachladen sterben aufs corbon habe ich glaube ich konzentriert ja warum machst du so lange ich sehe einfach nur kann man mal jemand sagen wonach es sich richtet ob eine brandgranate abprallt oder direkt explodiert an der neigung von dem ich hab dem 91 in sieben gehen wir machen heute mal eine mcad making frage des tages flo darf entscheiden was ist eine frage des tages wie wird das wetter letzte woche hast du auch eine die die leute wirklich als kommentar schreiben können oder beantworten ach so eine kommentarfrage er sagt das doch sowas was mit eigener meinung zwei leute zwei leute was haltet ihr davon dass er geht 20 gipfel in hamburg stattfindet das ist eine umstrittene frage gibt es was zu diskutieren das ist eine umstrittene frage ja 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 hier und 16 18 4 blöde negativ blütze da du hat noch einen geneigt ist gut ich habe es nicht mehr ausgehalten ja der letzte war zu let's have könntest du mir das doch mal der erklär was das ist gerade für problem war flo warum genau musste ich jetzt noch mal sterben das weiß ich auch nicht so genau ich würde ja gerne lust ich habe mich tatsächlich für den gegner gehalten hier liegt der arme das ist echt der hammer alter flo schießt mich ab und er blickt nicht mehr da du hast damit die runde gewonnen ja ja bis ich mich gemeldet habe okay also leute was haltet ihr davon dass der g20 gipfel in hamburg stattfindet schreibt mir eure antwort damals kommentar für die kommentare können wir ein bisschen drüber diskutieren einer sorry der zweite ist zurückgegangen bombe down vent der wird doch outside bestimmt was kommt warum ist der vent dicht wie kann man dicht machen mit e ich weiß nicht genau was du gegen dicht hast mein wir wissen alle dass du es nicht mehr ganz bist aber böser mensch wollte katze umbringt du bist büte war dichter egal wie viel curry du isst mehr dankeschön 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 hallo nja 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 tschüss heaven hi war mir eine ehre sie nicht gekämpft hallo flo gehen wir jetzt eigentlich ja bleiben wir jetzt ja alle in dem weg stehen eigentlich wir werden ja alle sterben nein 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 aaaaaaah okay da kommt einer von main gepusht von secret gepusht von secret gepusht sehr schön ben das nächste mal machst du das bitte bevor ich sterbe hallo nein nein er wollte ihn noch knifen einfach den kolb ja das ist du bist halt ein ziemlicher anti-made gell wo war der gerade erst hingekommen hast du schon gestebt leute knifen ist nur dann cool wenn du youtuber bist ben hast du einen youtube-kanal ja holt er gerade rum ne dron in der videoverschreibung ja holt der typ gerade rum weil wir zu 5 waren und die zu zweit ähm bin mir nicht sicher wenn es der wenn er das tut dann nein das stinkt nicht oh da ist ein halbes einhorn auf der leiter wenn er das wirklich tun sollte ben dann ist es derjenige den ich gemutet hab da ist einer hab ihn bestimmt gehintet wieso ben also hab ich gesagt mit dem 2 gegen 5 nein das war doch ben ne das war early early spricht den rätseln homil ist einer durch einer vor allem hab ihn äh vor main ist bombe down da steht noch einer der hat die gerade vermutlich mitgenommen könnte sie kurz sein dann oder könnte sein ja ja hätte fette fahre einer steht hier in der arm store oben fuck off ey das ist ein feuer gedöns gedöns das ist das wenn es das gibt und man das auf balui haut da ist er kein feuer magier weil sondern ein gelöschter magier ist die das da unten rum ich kann jody nice ja die ich will nicht nice ich will aber nicht genial werden nice 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 wieso trifft er wenn er auf der leiter ist was das tut mir jetzt aber leid dass der jetzt gestorben ist das tut mir jetzt aber leid dass der jetzt gestorben ist hab ich doch hat er nicht gehört das hat er nicht gehört durch das ganze knife 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 du hast nicht du hast gesagt warte mal ich hab gesagt warte mal da ist einer immer diese beschwerden weißt du weißt du entweder wird gefragt warum liebeskugeln mit anderen geteilt werden und dann will sie keine kugel mehr haben ich verstehe es nicht Jodys Wege sind unergründlich achschu nicht dass er sie an andere herkippt das heißt aber nicht dass du sie willst sollen lieber verderben nein ich will die selber holen weißt du ja jetzt hast du gerade welche bekommen nein das war ziemlich unhöflich denn frag mich wo eine der draufhabe oh jol einer Pommes outside minus 71 steht am Red Container hey stay secret Bombe Pommes Pomme Pomme genau die Pomme ist in Bombastown das ist in der Nähe von Bombastistan yes the 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 weniger das Ding hier. Was ist denn das eigentlich für eine Drop-Geschichte? Naja, meine sehr verehrten Damen, Tiere und Doktoren, ihr wisst, dass diese Matchmaking-Folgen von mir nicht geschnitten werden, bedeutet im Endeffekt, ihr habt die volle ungeschnittene Power. Bitte gebt ein paar konstruktive Kommentare ab, damit wir wissen, was wir kommentarfisch-technisch tun sollten. Schaut bei den Leuten in der Videobeschreibung vorbei, die sind auf jeden Fall verlinkt. Flo wahrscheinlich auch mit einer Homepage, die gar keinen Inhalt hat, aber wahrscheinlich irgendeine Katze, die die aufbaut hat. Early ist natürlich auch verlinkt in der Endcard, genauso wie Ben. Schaut bei Ben vorbei, ist unser Hardcore-Carry und carriert mich natürlich irgendwann auf Global. Wir kennen das alle, nochmal. Macht's gut und bis dahin. Willst du die Kommentarfrage nochmal wiederholen? Ja, was haltet ihr davon, dass der G20-Gipfel in Hamburg stattfindet? Schreibt's in die Kommentare. Ich hätte die Frage schon wieder vergessen. Also, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschüss. Du bist so ein mies, Muffel-Early. Du musst tschüss sagen. Tschüss. 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 Tschüss.